Zugang zur Gnade Römerbrief Kapitel 5, 1-2 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Es gibt eine himmlische Grundregel, die Voraussetzung ist für erfahrbare Wahrheit und erhaltende Gnade und spürbare Liebe. Es ist die Beziehung. Das zählt für Menschen untereinander und umso mehr für Gott, den einen biblischen und ewigen Gott für uns Menschen. Eine Beziehung zu Gott ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt etwas über uns, die unsichtbare Welt, die Ewigkeit, die Verdammnis und das Ziel und den Zweck unseres, des Lebens, erfahren können. Wir bekommen einen Zugang zu Gott nur auf eine Art und Weise, durch den Glauben an Jesus Christus. Gemäß Johannes 14, 6 Wer nun meint, ein allgemeingültiger Glaube außerhalb der Gnade in Jesus würde genügen, der ist einfach hochmütig, selbstgerecht, anmaßend und auch blind. Durch den Glauben an Jesus leben wir in direkter Beziehung zu Gott. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, steht in 1. Johannes 5, 12 Die Hauptaussage der Gnade lesen wir im Alten Testament in Jesaja 53, Vers 4 bis 6 Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gematert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was wir hier lesen, ist das reine Evangelium. Wer das glaubt, wird nicht gerichtet, sondern hat Zugang zur Gnade Gottes gefunden. Johannes 3, 18 Die Erlösung am Kreuz wird für uns lebendig und erfahrbar durch den Glauben an diese unverdiente Gnade. Römer 3, 23 bis 24 Wer nun so gesegnet und angenommen sein darf, der kann seinen geschenkten Zugang zu Gott auch freimütig und ohne Angst annehmen und mit geistlichem Leben füllen. Epheser 3, 11 bis 12 Wir dürfen nun tatsächlich in der Gnade zur Ruhe kommen und Gott beim Wort nehmen, der zu uns sagt, Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 3, 35 Mehr Zugang ist auf Erden nicht möglich, denn die Tür zum ewigen Leben und zur Seligkeit ist der Sohn Gottes. Gott selbst, der ein Mensch wurde. Johannes 10, 9 Man kann nun nicht theoretisch glauben, ebenso wie es keinen Wert hätte, nicht wirklich an die Notwendigkeit der Gnade zu glauben, sondern seine Sünden vielleicht nur als eine Art Betriebsunfall zu sehen und entsprechend abzustempeln. Aber eine echte Beziehung ist niemals theoretisch, sondern man ist auch dann in lebendiger, liebevoller und praktischer Gemeinschaft zusammen, wenn man sich nicht sieht und nicht spürt. Es ist die Güte Gottes, seine Geduld, seine Treue und sein großer Langmut, der uns zur Umkehr und zur Buße leitet. Das sollten wir keinesfalls vergessen, gering achten oder sogar ablehnen. Römer 2, 4 In der Welt haben wir Angst, aber in Jesus Christus haben wir Frieden. Johannes 16, 33 Darum dürfen wir uns auf den Himmel freuen und auf die zukünftige Herrlichkeit. 1. Korinther 2, 9 steht Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Amen.